Hallo, hallo, Merabalaj. Also, was machen wir den ganzen Tag hier, wenn wir wegen dem Coronavirus zu Hause bleiben müssen? Wir essen ganz viel Schokolade und generell essen wir viel. Wir versuchen uns aber auf einmal am Tag an der frischen Luft draußen zu bewegen und versuchen die gute Laune nicht zu verlieren und hier nicht so die ganze Zeit rumzu. Also, wir geben das Beste und das Wichtigste ist, zu Hause zu bleiben, um die Kurve, die ansteigende Kurve wieder nach unten zu kriegen und das Hauptsache ist, dass wir alle gesund bleiben und es ist hoffentlich nicht zu viele Menschen trifft, denen es schlecht geht. Bleibt zu Hause!